Musik Dass der Ehrliche der Dumme ist, das darf nicht sein. Und der Zoll verstärkt seine Anstrengungen, damit wir illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit stärker bekämpfen. Nicht nur durch mehr Personal, jetzt im Zuge auch der verstärkten Mindestlohnprüfung. Denn wir haben seit Jahren eine anhaltende Tendenz, was die Scheinselbstständigkeit angeht, ein großes Problem. Aber auch was Abdeckfirmen, Servicefirmen angeht, die durch ihre Tricksereien versuchen, dann Schwarzlohnzahlungen durch entsprechende Abdeckrechnungen zu verschleiern. Also ein großes Problem. Wir haben sehr komplexe Sachverhalte aufzuklären, komplizierte Rechtsmaterien. Wir müssen grenzüberschreitend sehr häufig dann ermitteln und Sachverhalte aufklären. Denn wir haben sehr häufig internationale Verflechtungen oder auch nationale Verflechtungen in diesen Tätergruppierungen. Wir haben eine steigende Anzahl von Anzeigen, die täglich bei uns eingehen. Und wir müssen einen Spagat vollführen, einerseits diese schwierigen Fälle in der Tiefe zu bearbeiten, andererseits aber auch die Menge der Hidenweise zeitnah abzuarbeiten. Das liegt uns sehr am Herzen und ist sehr wichtig. Wir haben eine große Bandbreite von, ich sage es mal, Tätergruppierungen. Wir haben auf der einen Seite kriminell handelnde Firmen, unseriöse Firmen. Und auf der anderen Seite haben wir Firmen, die diese Firmen beauftragen, mitarbeiten. Und diese Firmen sind nicht selten unwissend, nicht achtsam genug, manchmal sogar fast naiv und beauftragen solche Firmen. Und die Rechtsfolgen auch für diese Auftraggeber sind zum Teil dramatisch und können dann eben, wenn so eine Firma dann auch erwischt wird, an die Existenz dieser Firma gehen. Und da nutzen wir die Kammern, Verbände, Gewerkschaften als Multiplikatoren, als Sprachrohre, um hier zu informieren, sensibilisieren. Wir sind in den letzten Wochen und Monaten dabei, Gespräche zu führen mit großen Baufirmen, mit Vertretern der baden-württembergischen Bauwirtschaft, mit Gewerkschaften, mit kirchlichen Einrichtungen wie der Betriebsseelsorge oder mit der Einrichtung wie der Fährenmobilität, um sozusagen einem runden Tisch dafür zu sorgen, dass wir hier in der Region Stuttgart einheitliche Standards bilden und diese auch dann tatsächlich leben, damit wir saubere Baustellen, mehr saubere Baustellen dann bekommen, um diese unseriöse Fremdfirmen dann vom Markt zu halten, diesen Firmen praktisch den Nährboden wegzunehmen. Und da gehört das Sandwerk Freilich auch dazu an diesen Tisch. Da will ich es mit Hermann Hesse halten und incidieren. Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche dann zu erreichen. Ich denke, es ist Zeit, dass wir es anpacken und ich bin zuversichtlich, dass es gelingt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017